Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genshin Impact. Heute machen wir den Zweigteil von Xiao's Legendenortrag. Deswegen treffen wir uns hier oben mit Xiao. Na, wie geht's? Wie geht's? Wie ist es, wenn du so aufbordet, oder? Wie geht's? wenn du so aufbordet und geachtet? Dann gibt es die Leute, die sich die Schleifte aufbordet. Ich bin ganz schön, ich bin ganz schön. Dann lass mich einfach mal gerne. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. ich habe irgendwas falsch gemacht kann das sein wenn ich wieder es lag tatsächlich in einer blöden täglichen aufgabe weil der hier anscheinend ich habe dich überwachen danke dafür Ähm... Ja, das ist eine schöne Idee, aber ich bin gespannt, wie Palme das erklärt. Ich habe eine kleine Schleifung mit der Karten, und habe die Karten aufgelenkt. Und habe ich gesehen, die Schleifung der Karten mit einer Karten aufgelenkt. Es gibt viele Gäuble und schöne Schleifung. Und... ... und... ... die Karten und die alten Freunde. Das sind die Karten der Karten, oder? Das stimmt, das stimmt. Aber woher ich mich ...? Ja, das ist ein bisschen größer Ort, aber ich habe auch einen Ort, um zu bauen. Auf der anderen Seite, da ist es ein Ort, um dort zu suchen. Ich habe den Ort, um einen guten Ort zu finden. Ich habe es eher ein Ort, um ... Hmm... Ich habe etwas, was ich empfehlen. Hmm... Hmm... Okay. Ja. Hmm... 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 Hier ist einfach einvergum. Hier ist der Erechner. Das ist nicht gut. Hier gibt es viele Menschen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich gehe jetzt mal an. Gut, das ist gut. Schau, bitte. Ich habe nur ein paar Jahre lang, wie ich habe, um die Arbeit zu vermitteln. Ich habe nur ein bisschen gekleidet. Ich habe schon 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 ein paar Jahre vor, also habe ich nicht mehr so vertreten. Ich habe das jetzt schon ein paar Jahre gemacht. Ich habe auch eine Schau灯, aber ich habe auch einen Schau灯. Hm, macht auch ein Gesinn. Mandel-Dofu. Oh, erstmal wieder hochteleportieren. Das dürfte ja schnell gehen. So viel zum schnell. So viel zum nächsten Mal. 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 Ach, Pai, mein Kekkyo Morat ist. entspricht ja das ist wirklich funktioniert hat und teleportieren mhm und auchくるのはここまでだ 城の中まではついていかん お前も怪盗祭で祀られる栄誉なんだろう なんで名称の塔を見ないんだよ 我は 人が多いのは好きではない 何も悩みのない 穏やかに暮らす人々 我は殺戮と共にありすぎた 苦行になれすぎてしまっている 幸福な人々と一緒にいるのは 話はここまでだ ではまた ただのにぎやかしが趣味なのか はい おい これはレッキとした祭りだぞ ねぎやかしってなんだよ お前もかんもんっている レッキとしたら もういい 明かりを見に行く だが気をつける 何か危険な目にあったときは 我の名を呼べ 必ず駆けつける お前でも このリーウェでも すべての明かり そして平和を祈るすべての願いは 皆さんの見られる はい 決定にと決して 私と彼に癒していた 私に癒していない時 私は癒していないと 私は癒していないと 私が癒している 我なかった だけにあなたは癒していない Ja. Alter, sieht das geil aus. 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 Oh, das war's schon. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, das war's schon. Und dress.